Ich habe das Chestnut Go mit in den Urlaub genommen und das sind doch die idealen Bedingungen, um das Brett ausführlich zu testen. Es gibt zwar schon einige Reviews zum Chestnut Go, ich bin also etwas spät dran, aber alle Reviews fielen bis jetzt durchweg positiv aus. Keiner konnte es bis jetzt aber für den richtigen Zweck ausprobieren, nämlich reisen und unterwegs sein. Genau das muss man aber mit einbeziehen und hier fallen mir einige Punkte auf, die negativ sind. Designtechnisch wieder ein Hammer, Chestnut liefert da immer ab. Diesmal extrem schmal und modern gehaltene, ziemlich dezent. Man kann es gut in die Tasche packen und es ist ein sehr schönes und modernes Brett. War auch in der Bahn ein Hingucker, ich dachte eher man wird komisch angeschaut, aber es kamen ein paar positive Kommentare, die es eigentlich ganz toll fanden. Man erhält eine Tasche zusätzlich zum Brett dazu, für die Figuren und das Brett. Die Tasche sieht schön aus und die ist auch wirklich ziemlich gut. Ich finde es gut, dass sie dabei ist. Ohne Tasche würde es nicht gehen, das Brett ist wirklich sehr empfindlich und schmal. Da musste auf jeden Fall eine Tasche her. Ziemlich gut, dass man das nicht extra kaufen muss, sondern schon im Preis mit enthalten ist. Dazu aber später. Das Figurenfach finde ich persönlich zu groß. Die Figuren sind viel kleiner, da ist sehr, sehr, sehr viel Hohlraum. Ich habe mir extra zwei kleine Stofftäschchen bestellt. Die Figuren dann in die Stofftäschchen getan und dann die Stofftäschchen in dieses Behältnis rein. Auch was die Technik angeht. Funktioniert wie immer bei Chestnut alles wunderbar. Erneut mit Figurenerkennung, also jede Figur mit eigenem Chip. Jede Figur wird auf dem Brett automatisch erkannt. Das ist ganz sinnvoll bei der Bauernumwandlung oder wenn man speziell eine Partie oder Stellung analysieren möchte. Du stellst die Figuren dann auf, kannst auf Analyse drücken, wirst dann auf Leechess zum Beispiel weitergeleitet und kannst das dann analysieren. Du kannst Partien aufzeichnen, wenn du mit deinem Freund spielst. Würde ich persönlich aber nicht empfehlen, weil das Brett hierfür viel zu klein ist. Es ist eher auf eine Person ausgelegt und für unterwegs. Im Vergleich zum Chestnut Air ist das Brett aber sehr viel kleiner. Was mich wundert, das Spielfeld ist aber nur ein bisschen kleiner als das Millennium E1, das Produkt an sich aber sehr viel kleiner. Mich überrascht es einfach mittlerweile, dass so viel Technik in sowas Kleinem stecken kann. Die Figuren sind magnetisch, aber nur ziemlich leicht, sodass es vor Wind und Ruckeln schützt. Aber wenn ich es kopfüber einmal halte, dann fangen an die Figuren, ja halt noch gerade so, aber fängt an schon sich zu schieben und ein bisschen mehr ruckeln. Ja, da fallen dann schon ein paar Figuren runter. Aber wer spielt denn schon kopfüber Schach? Also Frau Wind, ganz gut geschützt, ruckeln in der Bahn, bist du auch absolut safe mit. Ja, jetzt habe ich irgendwie meinen Springer verloren. Ah, habe ihn gefunden. So sehen die Figuren übrigens von Nahem aus. Einfach nochmal eine kurze Nahaufnahme, dass du jede Figur einmal hier für sich einzeln genommen auf dem Brett sehen kannst. Dahinter noch die schwarzen Figuren. Und ja, schön Fokus wechseln. Mal auf schwarz, mal auf weiß. Komm schon. Ja, perfekt. So ist es doch gut. Nun aber der eigentliche Test. Lohnt sich das Brett für unterwegs oder für reisen? Ich muss das Brett in Kombination mit dieser Situation bewerten. Für zu Hause ist das Brett natürlich okay, nur halt sehr klein. Aber unterwegs hat mich schon einiges ziemlich genervt. Auf der Hinfahrt zum Flughafen mit dem Zug gab es schon mal keine Tische. Ich musste das Brett auf den Schoß legen. Gegenüber auf den Sitz finde ich auch total unbequem, sofern überhaupt in der Bahn reihe Sitzplätze zur Verfügung sind. Du musst dir das dann so vorstellen, das Brett ist auf deinem Schoß. Aber was machst du, sobald Figuren geschlagen werden? Du hast links und rechts und vor dir und hinter dir nicht wirklich Platz in der Bahn. Du musst dann die Tasche oder deine Stofftäschchen wieder rauskramen und irgendwo die geschlagenen Figuren hinstellen. Fand ich persönlich ziemlich stressig und nervig. Ich fahre zweite Klasse mit der Bahn. Auf der Rückfahrt hatte ich dann zwar einen kleinen Klapptisch, der vor mir war, den konnte ich umklappen. Aber das war so versifft und ekelhaft, dass ich da mein Brett unter keinen Umständen draufstellen wollte. Wem geben wir die Schuld? Der Bahn, die nicht ordnungsgemäß sauber macht? Oder den asozialen Leuten, die dort alles vermüllen? Im Flugzeug kannst du das dann auch vergessen. Genau die gleichen Probleme, plus, dass du da halt kein Internet hast. Du bist permanent auf dein Handy und gutes Internet angewiesen. Als ich diese Dinge meinem Kontakt bei Jazznut mitteilte, meinte man nur, naja, du kannst ja halt gegen Stockfish spielen. Dicker, ich will nicht gegen Stockfish spielen. Ich will entweder online spielen oder wenn ich gegen Bots spiele, dann gegen gute Bots spielen, wie zum Beispiel auf jazz.com die Bots. Die sind super, da gibt es auch adaptive Bots. Also, dass der Bot seine Spielstärke anpasst. Oder, dass die Bots menschlich spielen. Oder eine Schachcomputer. Da sind die Bots auch die, die machen viel bessere menschliche Züge und Fehler. Und Analysen sind dort viel besser. Du hast da auch viel mehr Stufen anstatt dieses Stockfish von 1 bis 9. Also im Flugzeug völlig unbrauchbar. Im Ausland, im Hotel war es ein bisschen besser. Du bist zwar immer noch auf Internet und dein Handy angewiesen. Und ja, ich hatte leider oft sehr schlechtes Internet. Und bei Online-Brettern funktioniert das so. Du musst ja deinen Zug physisch am Brett machen. Dann wird der Zug übertragen online und auf jazz.com oder liches umgesetzt. Dann wird der Zug vom Gegner auf dem Brett angezeigt. Du musst den Zug deines Gegners noch machen. Ja, das ist bei Online-Brettern normal. Da hast du ein kleines Handicap, weil du ein bisschen mehr Zeit fürs ganze Figuren schieben brauchst und so. Aber dann spielst du halt einfach mit ein bisschen längerer Bedenkzeit. 10 plus 5 oder 15 plus 10, beides optimal. Nur hier zusätzlich, wenn du schlechtes Internet hast und die Übertragung vom Brett auf dein Handy, vom Handy auf die Server und wieder zurück, noch gestört wird durch schlechtes Internet, dann hast du ein ziemlich großes Handicap. Und das macht dann insgesamt auch keinen Spaß mehr. Also du brauchst gutes Internet und das ist halt oft eine Glückssache. Was bleibt noch übrig? Draußen spielen. Also starker Wind stört schon mal nicht. Die magnetischen Figuren sind gerade so magnetisch, dass Wind das auf keinen Fall wegboosten kann. Nicht mal starker Wind. Aber wenn ich mit meinem Chestnut R spiele, dann passiert bei Wind draußen auch nichts. Es gab nur eine Situation, wo ich mir mal magnetische Figuren gewünscht hätte und das war, als ich draußen mit einer Picknickdecke auf dem Rasen und unebenen Boden gespielt hatte. Weil das Brett dann ein bisschen schief war, war es leicht unangenehm und manchmal waren die Figuren ein bisschen versetzt, aber war jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Ansonsten bei gerader Fläche, auf Terrasse, Balkon oder sonst wo, brauchst du das nicht. Nun gut, das waren jetzt alles äußere Faktoren. Das betrifft nicht das Brett an sich speziell, aber die muss man halt immer mit in die Bewertung einbeziehen, weil es ja gerade hierfür entwickelt worden ist. Aber nun eine Sache zum Brett, die ich wirklich schlecht fand. Es ist ein Brett für unterwegs spielen. Unterwegs heißt für mich auch draußen spielen. Die LED kannst du bei Tageslicht nicht gut sehen. Selbst im Schatten musst du dich richtig anstrengen, dort die LED richtig zu erkennen und bei direkter Sonneneinstrahlung hast du eigentlich fast gar nichts gesehen. Ich nehme das mit dem fast gar nichts zurück. Ich habe gar nichts gesehen. Hier hat mir dann mein Kontakt gesagt, es sei genauso wie mit deiner Handyhelligkeit, dass du draußen auf dein Handy nicht so viel erkennst, sondern genauso auf deinem Brett nicht. Ich muss aber sagen, im Schatten habe ich auf meinem Handy ziemlich gut alles erkannt, aber auf dem Brett eher weniger. Ich habe sogar einmal spontan meine Frau neben mir gefragt, im Schatten, als wir uns gesund hatten, das war auch nicht Sonnenschirmschatten, sondern Gebäudeschatten, ob sie den Zug erkennen kann. Und sie hat nur eine LED-Leuchte auf dem Brett leuchten gesehen. Man muss ja aber auch zwei erkennen, wo die Figur steht und wohin sie ziehen möchte. Die zweite LED hat sie gar nicht erkannt. Du müsstest also warten, bis es ein bisschen dunkler ist in der Dämmerung oder abends. Da war es schon viel besser, da konntest du die LED sehr gut erkennen, sehr leuchtendes Licht und dann hat es auch eigentlich Spaß gemacht. Noch eine Sache zu den LED aber. Also man kann die Helligkeitsstufen nicht individuell einstellen, wie zum Beispiel beim Millennium E1 oder Supreme Tournament 55. Du hast hier nur eine fixe Helligkeitsstufe. Was mir dann aber aufgefallen ist, es hat auf dem Brett nicht nur geleuchtet, der Zug, also Anfangsfeld und Zielfeld, sondern auch noch leicht abgeschwächt irgendwelche zufälligen anderen Felder. Wie soll ich das am besten erklären? Bei fast allen meinen Online-Brettern ist es normal, dass wenn eine LED leuchtet, daneben noch ein leicht abgeschwächtes Leuchten erkennbar ist. Einfach nur, weil es nebenan ist. Von der Leuchtkraft. Bei diesem Brett waren es aber nicht LED neben dem LED, welches geleuchtet hat, sondern völlig willkürlich irgendeine andere Felder. Diese Lichter waren zwar schwächer, als die, auf die es ankommt, nämlich der Zug, der konkret gespielt werden musste. Also du konntest deinen konkreten Zug schon immer identifizieren, aber ich finde es schon echt nervig, wenn random irgendwelche anderen LED da leuchten, die nicht zu leuchten haben. Das war also der erste Moment, wo ich richtig vernünftig, schönes Ambiente, schönes Licht, alles war erkennbar. Ich hatte da gerade gutes Internet. Ich konnte zum ersten Mal richtig gut spielen. Und dann leuchten da permanent irgendwelche random anderen LED. Das muss jetzt nicht jeden stören, aber ich bin richtig penibel und mich stört jeder Fleck auf irgendwas. Mich stört sowas extrem. Und das leite ich auch weiter an meinen Kontakt, denn das muss auf jeden Fall verbessert werden. Das ist bei den anderen Chestnut-Brettern nicht so. Also ist mir zum jetzigen Zeitpunkt bis jetzt nicht aufgefallen. Und ich habe das Chestnut Air, das Chestnut Air Plus, das Chestnut Pro. Wenn ich mit den drei anderen Brettern zu Hause spiele, bin ich immer ultra satisfied. Die sind so gut, die Bretter. Aber das bei dem hier mit den LED, das geht gerade gar nicht. Es macht für mich einfach keinen Sinn, dass wenn auf A2 ein Bauer leuchtet, der auf A4 ziehen will, dass dann auf F7 irgendwie random noch eine LED leuchtet. Jetzt aber bevor mein Puls auf 200 geht, noch ein paar andere positive Sachen. Also Akku habe ich auch ausgiebig getestet. Ich habe 13 oder 14 Rapid-Partien ungefähr gespielt. Und eine Rapid-Partie geht ja im Durchschnitt 10 plus 5 Bedenkzeit. Vielleicht ein bisschen länger, so halbe Stunde sagen wir. Pi mal Daumen, halbe Stunde mal 13, was sind das, 6-7 Stunden. Und Akku zeigt bei mir immer noch ungefähr die Hälfte an von Breit. Das ist ziemlich gut, da bin ich mit zufrieden. Ich hatte schon Sorge, dass ich es öfter aufladen muss, weil es ja so klein ist und der Akku dann doch nicht so groß sein kann. Aber hat eigentlich ganz gut gehalten. Ist das Brett teuer? Wir haben gerade den 5. Juni 2024. Preis liegt bei 173 Euro. Mit meinem maximalen Rabattcode bei 153 Euro. Für das Brett, die Figuren, die automatische Figurenerkennung und die Tasche insgesamt, finde ich, ist das ein fairer Preis. Aktuell kannst du aber nur vorbestellen und mit deiner Lieferung ungefähr bis September warten. Welchen Nutzen hat denn nun das Brett? Das Brett ist speziell fürs Reisen entwickelt worden. Ich persönlich konnte es für mich weder im Zug, im Flugzeug oder bei hellem Tageslicht draußen benutzen. Nur bei Dämmerung und gutem Internet. Wenn du innerhalb von Deutschland reist und gute Tische vor dir im Zug sind oder du erste Klasse fährst oder du bist oft deine Familie besuchen, möchtest einfach nur ein kleines Brett mitnehmen und dort auf einem physischen Brett Online-Schach spielen, dann ist das Brett ganz okay. Nur es sind mir zu viele Vents zum jetzigen Zeitpunkt. Genau für alle Zwecke, die ich gerade aufgezählt habe, wofür du das Chestnut Go nutzen kannst, kannst du auch das Chestnut Air nutzen. Dafür finde ich dieses Brett größer und viel besser und es macht auch viel mehr Spaß, damit zu spielen. Mein kleines Fazit am Ende. Das Brett ist technisch solide. Es sieht sehr schön und modern aus. Der Preis ist super und stimmig, aber für Auslandsreisen keine Empfehlung. Für alle anderen Zwecke lieber das Chestnut Air. Die Idee an sich vom Chestnut Go ist super, aber man muss es unbedingt mit allen anderen äußerlichen Faktoren, wie ich es gerade gemacht habe, zusammen bewerten. Denn genau hierfür wurde das Brett entwickelt und in vielen Punkten erfüllt es seinen Zweck nicht. Das Brett macht es 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 nicht.